Hey, schön euch zu sehen! Ich bin Maxi und möchte euch heute gerne ein Modell zeigen, welches die möglichen methodischen Entscheidungen einer Lehrkraft in fünf Ebenen systematisiert. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt! Das ist Cornelia Fischer. Cornelia studiert Sportwissenschaften und Geschichte an der Universität Bielefeld. Sie ist aktuell im Praxissemester und muss in einer Woche ihre erste Sportstunde leiten. Die Ziele sind ihr bekannt und die Inhalte hat sie auch schon grob vor Augen. Nun überlegt sich Cornelia, wie sie ihre Inhalte gestalten will, um ihre Ziele zu erreichen. Sie fragt sich, welche Methoden sie anwenden soll. Ihr fällt ein, dass in einem Seminar bei Prof. Dr. Kurz verschiedene Ordnungsschemata von methodischen Entscheidungen thematisiert wurden. Sofort fängt sie an, die Unterlagen zu suchen. Sie entdeckt zunächst die Definition von Methoden. Methodos ist griechisch und bedeutet so viel wie der Weg auf ein Ziel hin. Dementsprechend definiert Kurz Methoden als jenen Ausschnitt des Lehrerhandelns, der das Wie der Darbietung von Inhalten bzw. der Ansteuerung von Zielen des Unterrichts betrifft. Cornelia entdeckt nun verschiedene Modelle zur Systematisierung von methodischen Entscheidungen und entscheidet sich für das Modell 5 Ebenen methodischer Entscheidungen von den Bielefelder Sportpädagogen, zu denen auch Prof. Kurz gehörte. Die methodischen Entscheidungen, die Cornelia zu treffen hat, sind auf 5 Ebenen angeordnet. Auf der Ebene des allgemeinen Unterrichtskonzepts, der Unterrichtsschritte, der Sozialformen, der Aktionsformen und der Auswertung. Cornelia erinnert sich, dass das Modell 5 Ebenen methodischer Entscheidungen nicht dazu dient, detaillierte Hinweise zu den jeweiligen möglichen methodischen Entscheidungen zu liefern. Sie weiß, dass jede dieser methodischen Ebenen und die darin enthaltenen Entscheidungsmöglichkeiten für sich selbst ein eigenes und umfassendes Thema darstellen. Diese wurden in den anschließenden Einheiten bei Prof. Dr. Kurz in den Seminarsitzungen separat und vertiefend thematisiert. Cornelia will sich aber nochmal einen Überblick verschaffen über die jeweiligen Ebenen, in denen methodische Entscheidungen zu treffen sind. Und dafür ist das Modell der Bielefelder Sportpädagogen sehr gut geeignet. Es liefert nämlich einen komprimierten Überblick, worum es in den jeweiligen Ebenen geht. Die erste Ebene beinhaltet das allgemeine Unterrichtskonzept. Auf dieser Ebene wird die Entscheidung getroffen, wie der Unterricht im Grundsatz anzulegen ist. Hier wird grundlegend zwischen geschlossenen und offenen Konzepten bzw. zwischen einer objektorientierten und einer subjektorientierten Methodik differenziert. Geschlossene Konzepte, die einer objektorientierten Methodik folgen und auch deduktive Verfahren genannt werden, sind durch eine starke Leitung durch die Lehrkraft gekennzeichnet. Sie gibt die Ziele, Inhalte und Methoden vor. Demgegenüber zeichnen sich offene Unterrichtskonzepte, die einer subjektorientierten Methodik folgen und auch induktive Verfahren genannt werden, durch weitgehende Selbsttätigkeit der Lernenden aus. Der Unterricht ist so angelegt, dass die Heranwachsenden die angestrebten Lernziele weitgehend selbstständig und in kreativer Auseinandersetzung mit den Inhalten erreichen. Als Lehrkraft sollte hauptsächlich die Aufgabe übernommen werden, die Lernenden bei der Erarbeitung von Lösungswegen zu begleiten und zu unterstützen. In der Praxis werden offene und geschlossene Unterrichtskonzepte selten in ihrer Reinform angewendet. Die Unterrichtsrealität zeigt innerhalb einer Unterrichtsstunde meist fließende Übergänge zwischen geschlossenen und offenen Phasen. Auf der Ebene des allgemeinen Unterrichtskonzepts ist damit nicht eine Entweder-oder-Entscheidung zu treffen. Vielmehr ist das allgemeine Unterrichtskonzept als ein Kontinuum zwischen geschlossenen und offenen Konzepten bzw. einer objektorientierten und einer subjektorientierten Methodik zu betrachten. Auf dieser Ebene stellt sich also die Frage, in welchen Phasen öffne ich den Unterricht und in welchen Phasen gehe ich als Lehrkraft geschlossen vor. Die zweite Ebene bezieht sich auf die Unterrichtsschritte, die den Ablauf des Unterrichts strukturieren und über Zeitvorgaben formalisiert werden können. Der Unterrichtsaufbau folgt meist einem Grundrhythmus. Eine Einzelstunde wird üblicherweise in drei Phasen gegliedert. Als erstes ist der Einstieg zu benennen, der unter anderem LehrerInnen zentriert oder problemorientiert erfolgen kann. Die zweite Phase ist die Erarbeitung, welche wiederum in Teilschritte ausdifferenziert werden kann. In dieser Phase erfolgt eine Erarbeitung, welche gegebenenfalls z.B. durch eine Anwendung, Übung, Transfer oder Zwischenreflexion vertieft werden kann. Abschließend erfolgt eine Ergebnissicherung. Spätestens in dieser Phase sollte der Lernzuwachs erkennbar und überprüfbar werden, indem die Lernenden in geeigneter Weise die Gelegenheit erhalten, ihre neu erworbenen Kompetenzen zu präsentieren und über ihren Lernweg zu reflektieren. Eine Zusammenfassung gehört ebenfalls in diese Phase. Der Einsatz von methodischen Übungs- bzw. Spielreihen zielt auf das Erlernen von sportspezifischen Fertigkeiten und gehört ebenso zur Ebene der Unterrichtsschritte. Diese beinhalten eine von der Lehrkraft vorgegebene Abfolge von Übungen bzw. Spiele mit steigendem Schwierigkeits- oder Komplexitätsgrad. Methodische Übungs- und Spielreihen werden dem geschlossenen Unterrichtskonzept bzw. den objektorientierten Methoden zugeordnet. Hierbei werden methodische Prinzipien angewandt, z.B. vom Leichten zum Schweren. Die dritte Ebene beinhaltet die Sozial- und Organisationsformen. Die Sozialformen regeln die Beziehungsstruktur innerhalb des Unterrichts. Sie beschreiben die Verteilung der Aktivitäten von Lehrkräften und Lernenden sowie der Lernenden untereinander und geben damit Auskunft über die kommunikativen Beziehungen. Bei den Sozialformen geht es also um die Frage, wer arbeitet mit wem zusammen. Klassische Sozialformen sind das Arbeiten im Klassenverband, z.B. beim Frontalunterricht, die Gruppenarbeit, die Partnerinnenarbeit und die Einzelarbeit. Organisationsformen werden den Sozialformen zugeordnet und versuchen, Ordnung in räumlichen Strukturen zu schaffen. Organisationsformen beschreiben die Aufstellungs- sowie Betriebsformen und geben Hinweise zum Standort der Lehrkraft. Bekannte Organisationsformen im Sportunterricht sind Sitzkreis, Paar- oder Dreiergruppe, Gasse, Stationenbetrieb und so weiter. Die Sozial- und Organisationsformen ermöglichen in ihrer Kombination also die Steuerung und Kontrolle der Interaktions- und Kommunikations- sowie der Organisationsprozesse. Die räumliche und kommunikative Organisation im Sportunterricht erfolgt also durch Sozial- und Organisationsformen. Die methodischen Maßnahmen bilden die vierte Ebene der methodischen Entscheidungen. Hierbei handelt es sich um konkrete Tätigkeiten von Lehrkräften während des Unterrichts. Sie werden auch als Aktionsformen bezeichnet und stellen die kleinsten Einheiten der möglichen methodischen Entscheidungen dar. Dabei stehen der Lehrkraft verschiedene methodische Maßnahmen zur Verfügung, verbal-akustische, audiovisuelle und instrumentell-taktile Maßnahmen. Die Formulierung von Bewegungsanweisungen, Bewegungsaufgaben und Bewegungsanregungen sind zum Beispiel verbale Maßnahmen, die in Abhängigkeit des Unterrichtskonzeptes sinnvoll eingesetzt werden sollten. Diese und weitere Aktionsformen helfen der Lehrkraft, den Lernprozess in Gang zu setzen, den Unterricht zu lenken und zu steuern und die Aneignung neuer Verhaltensweisen zu erleichtern, bzw. bereits erlernter Bewegungsformen zu erhalten. Die Auswertung des Unterrichts stellt die fünfte Ebene der methodischen Entscheidungen dar. Sie bezieht sich sowohl auf die Auswertung der Unterrichtsplanung und Durchführung der jeweiligen Unterrichtseinheit bzw. Unterrichtsreihe als auch auf die Auswertung der Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Dazu gehören demnach alle Maßnahmen, durch die die Lehrkraft, die Unterrichtsplanung, den Unterrichtsprozess sowie die Unterrichtsergebnisse systematisch und zielgerichtet evaluieren kann. Die Entscheidungen über die Formen der Auswertung sind Teil der methodischen Entscheidungen und sollten bereits während der Unterrichtsvorbereitung geplant werden. Die Sportlehrkraft kann dabei alleine auswerten, zum Beispiel ihre eigene Planung und Durchführung durch Notizen in ihrer Lehrerklatte oder eine Präsentation der Lernenden durch verschiedene Verfahren der Leistungsbeurteilung. Die Sportlehrkraft kann aber auch gemeinsam mit anderen auswerten, zum Beispiel kann eine Beurteilung einer Präsentation der Lernenden gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern erfolgen. Auch die Hospitation von Kolleginnen und Kollegen ist eine Form der Auswertung, um das eigene Lehrerinnenverhalten oder Lehrerverhalten oder das Verhalten einer Kollegin oder eines Kollegen langfristig zu optimieren. Entscheidend ist, dass sich die Lehrenden selbst beim Unterrichten über die Schulter schauen und bei der Suche nach Gründen immer auch auf Theoriewissen zurückgreifen. Cornelia hat mit diesem Modell fünf konkrete Ebenen, auf denen sie methodische Entscheidungen fällen kann. Sie erinnert sich auch daran, dass die Methodenentscheidungen auf diesen fünf Ebenen sich gegenseitig beeinflussen und somit voneinander abhängig sind. Dies wird als der kleine Implikationszusammenhang bezeichnet. In der Konsequenz muss eine auf einer Ebene getroffene Entscheidung stimmig zu einer methodischen Entscheidung auf einer anderen Ebene sein. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Cornelia sich tendenziell für ein geöffnetes Unterrichtskonzept entscheidet und dementsprechend in ihrer Einstiegsphase einen dazu passenden problemorientierten Einstieg wählt. Ein problemorientierter Einstieg schließt die Aktionsform Bewegungsanweisung aus, weshalb eine entsprechende Bewegungsaufgabe oder Anregung angemessen ist, die eine Offenheit für Lösungen bei der Problembewältigung der Lernenden ermöglicht. Die fünf Ebenen methodische Entscheidungen sind allerdings auch in Beziehung zu übergeordneten und nicht-methodischen Entscheidungen zu setzen. Darunter fallen erstens die Ziele und Inhalte der Unterrichtsstunde bzw. Reihe, zweitens der institutionelle Rahmen, drittens die Voraussetzungen und Interessen der Lernenden sowie viertens die Rolle der Lehrkraft. Diese vier Kriterien besitzen also einen Einfluss auf die methodischen Entscheidungen und werden als großer Implikationszusammenhang bezeichnet. Die Methoden werden in Abhängigkeit von den Zielen, also dem Wozu, und den Inhalten, also dem Was, gewählt. Eine Herangehensweise ist, dass zunächst die Ziele, dann die Inhalte und zuletzt die Methoden festgelegt werden. Klaffke formuliert diese Herangehensweise als Primat der Didaktik. Wenn Cornelia in ihrer Unterrichtsstunde die Förderung von sozialen Kompetenzen anstrebt, wie zum Beispiel, dass die Lernenden in einfachen sport- und bewegungsbezogenen Situationen den vorgegebenen Regeln entsprechend interagieren und gemeinsam Regeln entwickeln, erfordert dies ein geöffnetes Unterrichtskonzept. In der Konsequenz sollten Sozial- und Organisationsformen gewählt werden, die den Lernenden ausreichend Raum für Interaktionen untereinander ermöglichen. Als Aktionsformen bieten sich dann zum Beispiel verbale Maßnahmen wie Bewegungsaufgaben an, die den Heranwachsenden ausreichend Zeit zum Experimentieren lassen. Die methodischen Entscheidungen werden durch einen institutionellen Rahmen beeinflusst. Die Ziele bzw. Kompetenzerwartungen für den Sportunterricht sind zum Beispiel in den Rahmenlehrplänen weitgehend vorgegeben, lassen jedoch viel Spielraum zur konkreten Ausgestaltung. Die Rahmenlehrpläne enthalten weitere Merkmale wie den Doppelauftrag des Sportunterrichts, die pädagogischen Perspektiven und Inhaltsbereiche. Aber auch die vorhandenen räumlichen und materiellen Voraussetzungen stellen institutionelle Rahmenbedingungen dar und beeinflussen die Methodenentscheidungen. Die räumlichen Voraussetzungen umfassen Merkmale wie Größe und Zustand von Sportstätten. Zu den materiellen Voraussetzungen zählen unter anderem Art, Anzahl und Zustand von Sportgeräten. Bei der Wahl der methodischen Entscheidungen muss sich die Lehrperson ebenso nach den Voraussetzungen und Interessen der Lernenden richten. Hier spielen die Anzahl der Lernenden und die Heterogenitätsdimensionen wie unter anderem Alter, Geschlecht und der sonderpädagogische Förderbedarf eine bedeutende Rolle. Angemessene methodische Entscheidungen für die eine Lerngruppe können unangemessen für eine andere Lerngruppe sein, wenn die Voraussetzungen und Interessen der Heranwachsenden in den jeweiligen Gruppen voneinander abweichen. Was für die Lernenden gilt, gilt auch für die Lehrenden. Auch sie haben besondere Voraussetzungen, darüber hinaus auch Vorstellungen davon, wie sie als Lehrkraft sein möchten. Um das gesamte Spektrum der methodischen Entscheidungen anwenden zu können, benötigt die Lehrperson die entsprechenden Haltungen sowie didaktisch-methodischen Kompetenzen. Das Bild von sich als Lehrende oder Lehrender beeinflusst die Auswahl der methodischen Entscheidungen. Zum Beispiel würde eine dominante Sportartenverfechterin oder ein dominanter Sportartenverfechter eher geschlossene Unterrichtskonzepte mit den dazu entsprechenden objektorientierten Methoden wählen. Wer sich als Lernbegleiterin oder Lernbegleiter versteht und über das entsprechende Methodenrepertoire verfügt, kann in verschiedene Rollen schlüpfen. Cornelia weiß, dass die Bielefelder Sportpädagogen mit dem Modell Fünf Ebenen methodischer Entscheidungen keine detaillierten Hinweise zu den jeweiligen Ebenen, mit den darin enthaltenen Methodenentscheidungen liefern. Vielmehr wird mit diesem Modell ein systematischer Gesamtüberblick geliefert, an welche Ebenen von methodischen Entscheidungen gedacht werden sollte und was die jeweiligen Ebenen im Kern bedeuten. Damit hat Cornelia sich einen Überblick über die fünf Ebenen Allgemeines Unterrichtskonzept, Unterrichtsschritte, Sozialformen, Aktionsformen und Auswertung verschafft. Diese beeinflussen sich gegenseitig und sind von übergeordneten sowie nichtmethodischen Entscheidungen abhängig. Die nichtmethodischen Entscheidungen sind Ziele und Inhalte der Unterrichtsstunde, der institutionelle Rahmen, die Voraussetzungen und Interessen der Lernenden und zuletzt die Rolle der Lehrkraft. Cornelia kann sich nun an die weitere Arbeit machen und anhand des Modells fünf Ebenen methodischer Entscheidungen, die für ihre Ziele und Inhalte angemessenen Methoden nun konkret auswählen. Dabei berücksichtigt sie die institutionellen Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen ihrer Lerngruppe und verfügt über ein reflektiertes Bild von sich als Lehrende. Nun seid ihr dran. Ihr habt die Möglichkeit, euch mit unseren Erklärvideos weiter in das Thema methodische Entscheidungen einzuarbeiten. Sucht euch ein Video aus, welches euch gerade am meisten interessiert und taucht tiefer in eines dieser fünf Ebenen ein. Umso besser werdet ihr danach das gerade vorgestellte Modell der fünf Ebenen methodischer Entscheidungen verstehen. Viel Freude und Erfolg!